Hallo und willkommen zurück zu Darkest Dungeon. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Tja, Taschen sind voll. Tja. Wert je 500, ha? Nun gut. Ich muss mich mal für einen ganz kleinen Moment entschuldigen. So, das waren jetzt noch notwendige Absprachen bezüglich der Schule. So, ich finde es zwar ein bisschen blöd, aber... Ja, lassen wir es einfach hier liegen. Gut. Also hier müssen wir jetzt so oder so runter. Naja, okay. Das ist nicht gerade das Nonplusultra. Was lassen wir dafür zurück? Mit schwerem Herzen, weil ich habe die arge Vermutung, wir hätten den noch brauchen können. Aber auf die hier werde ich auch auf keinen Fall verzichten. Ah, okay. Mit denen kommen wir klar. Autsch. Das ist nicht. Gut. Was? Destroyed? Was? Gut, das lief schon deutlich eher so, wie ich mir das vorgestellt hatte. 375 jeweils. Okay, schweren Herzens. So, der ist neu, den kennen wir noch nicht im Knochenkommandant. 220% Widerstand gegen Bluten, okay. An den ganz hinten komme ich nicht dran. Was ist das so? Hm, den Versuch war es wert. Autsch! Und nicht nur Autsch, sondern auch noch das hin und her schieben. Okay, gut, wir haben es hier offensichtlich mit ernsthaften Gegnern zu tun. Die werden wir jetzt mal nicht unterschätzen. Das war deutlich besser. Gut, gut, wenn sie daneben schlagen, ist das immer nochmal besser. Neue direkt bei der Kampfballade. Mein Lieger, du heilst dich bitte selber. Gut, und selbst wenn du getroffen hättest, wo hätte der denn noch hinschieben wollen? Jaaa, so hat das auszusehen. Jetzt war ich geredet. Ah, okay, hat er nicht vergangen. Aber... ... Achtung! 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 Wie gesagt, verfehlen dürfen die so viel wie sie wollen. Jeeha! Achtung! 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 Dafür keinen Platz mehr! Dafür keinen Platz mehr! Achtung! Achtung! Puh, Glück gehabt! Okay. Müssen wir hier hin zurück, dann hier rüber. Achtung! 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 Scannen wir das nochmal... Hm. Hm. Wenn das mal alles ist. Okay. Jetzt kommt erstmal der Kampf. Drei, hm? Mit drei kommen wir klar. Oh! Das war mir schon klar, dass wir weiter auf dem rumhacken. ... 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 So gefällt mir das jetzt allerdings schon deutlich mehr. ... ... ... ... Du bespielst dich mal selber. Schon ist der Stress wieder aufgenommen. Du. Von dem System nochmal. Stress 3, Stress 5. Hehehe. Immer einen Blick auf die Karte haben. Wenn das alles ist. Ich bleib dabei, wenn man den nicht verstehen kann, dann kann man den auch nicht ernst nehmen. Ah, mal sehen, Heileron ist hin. Ja, wir fangen trotzdem erstmal mit der Kampfballade an. So lange es solche Treffer bleiben. Okay, jetzt ist aber gut. Der Ärmste hat schon mehr als genügend gerade einen Schreck. Was habe ich gerade gesagt? Wie weicht man eigentlich einer Beschuldigung aus? Mal so interessehalber gefragt. Gut, auf jeden Fall mehr schon mal weg. Oh. Sieg! 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 Sieg ja! Ja, das beeindruckt erstmal noch nicht. Okay, wir arbeiten wieder weiter. Hervorragend! Ja, ja, das ist gut. Nichts, was wir nicht gemanagt haben. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Und wenn wir sowas vom Spiel schon in die Hand gedrückt bekommen. Tja, naja, nicht so tragisch. Am sinnigsten wäre es einmal außen rum zu laufen. Wir verbrauchen deutlich weniger Fascheln, als ich eigentlich erwartet hätte. Jetzt haben wir hier blutige Kräuter für Pestaktoren. Verzichte ich auf das Geld. Also auf Zitrin verzichten ist okay. 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 Okay, war schon gar kein schlechter Plan. Ich bin nicht nochmal so unvorsichtig zu wenig Fackeln dabei zu haben. Okay. Okay. So. Du hast es viel Spaß gemacht. Die funktionieren alle auch aus der zweiten Reihe, das ist gut. Das liebe ich! Der Kursig-Champion falls! OUCH! Der Kursig-Champion Na trotzdem, wir schlagen uns immer noch ganz gut. Der Kursig-Champion Der Kursig-Champion Streuschuss in die Augen wäre beeindruckend, gebe ich zu. Der Kursig-Champion Ja, die Sachen müssen halt hierbleiben. Und schon wieder ist ne Episode vorbei. Ja, dann müssen wir sowieso hin. Dann laufen wir aber einfach zurück und hier runter. Sage ich danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.